Ständig Durchfall, Blähungen und Bauchschmerzen. Dann hat mein Arzt mir Kijimea Pro empfohlen und meine Darmbeschwerden waren wie weg. Wie weg? Kijimea Pro. Mehr auf kijimea.de Herzlich willkommen zu Atok24 am 19. Januar mit dem Wichtigsten der Woche. Wie das Recherchenetzwerk aus WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung herausgefunden hat, ließ das BMG bundesweit mehrere Apotheken durchsuchen. Auch Anzeigen wurden bereits erstattet. Der Vorwurf, während der Corona-Pandemie sollen sie die staatlich finanzierten Paxlovit-Packungen in großen Stückmengen abgenommen, diese jedoch dann selbst illegal weiterverkauft haben. Dadurch soll nach Aussage der einzelnen involvierten Staatsanwaltschaften ein Schaden in Millionenhöhe entstanden sein. Aufgefallen waren dem BMG bereits Anfang 2023 Apotheken, die drei- bis vierstellige Mengen des sonst eher selten abgegebenen Mittels geordert hatten. In Berlin sind nun beispielsweise sechs Verfahren dazu anhängig. In Bayern fünf. Die Staatsanwaltschaft Hamburg ermittelt gegen zwei Apotheker. Standortvorteil hinüber. Schon zwei Wochen nach der verpflichtenden Nutzung des E-Rezepts macht sich ein deutlicher Rezeptschwund in einer Aachener Apotheke bemerkbar. Der Inhaber beklagt, dass der Standortvorteil Ärztehaus mittelfristig an Wert verliere. Es könne einen gefährlichen Trend zum Versandhandel geben, meint er. Das liege vor allem daran, dass viele Ärzte nach der Sprechstunde erst nachmittags oder abends die Rezepte signieren. Ohne Signatur kann die Apotheke das Rezept aber nicht abrufen. Bei den Patientinnen und Patienten treffe er häufig auf Unverständnis, wenn dringend benötigte Medikamente nicht sofort abrufbar sind. Das E-Rezept ist retax-sicher, heißt es in der Theorie. Die Praxis zeigt jedoch ein anderes Bild. Die Probleme häufen sich und das wirtschaftliche Risiko steigt. Der DAV reagiert nun und fordert eine Retax-Freiheit für E-Rezepte bis Jahresende. Zwar sei der Anteil der E-Rezepte, die auf dem Verordnungsweg oder im Abgabeprozess komplett hängenbleiben, laut der stellvertretenden DAV-Vorsitzenden Anke Rüdinger minimal. Dennoch gäbe es noch zu oft Schwierigkeiten, die die Arbeit der Apothekenteams in Zeiten der Lieferengpass-Krise zusätzlich erschweren und die Versorgung der Patientinnen und Patienten verlangsamen. Die Lieferengpässe kommen die Apotheken teuer zu stehen. Laut Steuerberater Thorsten Feiertag haben sich die Warenbestände vergrößert. Zugleich sind die Konditionen wegen der Rabattausschlüsse jedoch gesunken. Bei kleineren Apotheken hat sich der Wareneinsatz gegenüber dem Vorjahr um ca. 1,38 Prozentpunkte verschlechtert. Bei größeren Apotheken sogar um 2,12 Prozentpunkte. Die Zahl der Apotheken ist im vergangenen Jahr so schnell gesunken wie noch nie zuvor. Am 31. Dezember 2023 gab es in ganz Deutschland noch 17.559 Apotheken. Unter dem Strich verschwanden im Jahresverlauf also 508 Betriebsstätten. Damit wurde der bisherige Negativrekord von 394 Schließungen aus dem Vorjahr direkt gebrochen. Wie sich schon im ersten Halbjahr abgezeichnet hatte, gab es kaum Neueröffnungen. Stattdessen wurde in vielen Kammerbezirken neue Negativrekorde verzeichnet. Teilweise gab es doppelt so viele Schließungen wie im Durchschnitt der Vorjahre. Vielen Dank fürs Zuschauen, wir wünschen Ihnen ein schönes Wochenende und wenn Sie mögen, sehen wir uns am Montag wieder.